servus leute und willkommen zu einem neuen video wie auch letzte woche schon steht heute mal wieder ein segment an und das beginnt auch jetzt hier gleich direkt in der kurve zeit läuft schon ihr könnt es auf der rechten seite sehen für die die es noch nicht wissen segmente sind kurze strecken abschnitte die man mit dem fahrrad fahren kann und dann gibt es am schluss eine tabelle eine besten liste wo man seine leistung mit den anderen leistungen vergleichen kann segmente gibt es nicht nur beim radfahren sondern auch beim laufen die gibt es dann extra in anderen tabellen noch mal genau unser segment heute ist 1,03 kilometer lang hat insgesamt 30 höhenmeter und hat eine durchschnittliche steigung von 2,9 prozent der erste platz ist der michael meisel und der der eine zeit von zwei minuten 09 und ist eine durchschnittliche geschwindigkeit von 28,9 km h gefahren und hält dieses segment seit 2015 also zeit dass wir das segment knacken und es für uns soll also der konrad ist vor mir macht gerade windschatten am anfang also berg ist jetzt unten die höhenmeter hat es nicht ganz so viel gebracht wir sind immer noch am berg also die steigung ist gerade bei zwei prozent hilft jetzt nicht ganz so viele windschatten aber oben auf der ebene da hilft es dann schon noch mal und gibt noch mal ein bisschen booster genau ihr seht konrad ist auch schon relativ weit oben im puls er tritt jetzt gerade 300 watt genau jetzt gibt er noch mal gas puls auf 196 197 580 watt der sprint noch mal damit ich gleich vorbei ziehen kann man muss sagen wir wussten nicht wann das segment endet das heißt wir sind einfach mal losgefahren wir wussten dass da ein segment ist aber wir wussten nicht wo es endet ihr werdet gleich sehen ich werde noch viel weiter fahren als ich fahren müsste eigentlich 199 puls beim konrad er ist raus ihr seht es tritt keine watt mehr mein puls 170 das ist auch glaube ich das maximum was ich getreten habe auf dem segment und bei uns das segment in vier sekunden vorbei und aus ist es wir hatten eine zeit von 152 und ihr seht ich sprinte jetzt noch weiter unnötigerweise aber wir wussten halt nicht wann es endet trotzdem haben wir uns geholt das segment wir hatten eine durchschnittliche geschwindigkeit von 33,3 km h das ist echt nicht schlecht dafür dass die steigung 2,9 prozent beträgt und sonst abonniert den kanal wenn euch solche videos gefallen und folgt mir gerne auf strava das ist der erste link in der video beschreibung dann seht ihr immer welche strecken ich so abfahren welche strecken ich lauf und dann sehen wir uns im nächsten video bis zum nächsten mal ciao ciao